Konnichiwa Minasan! Die Japaner sterben aus. Seit über 10 Jahren nimmt die Bevölkerungsanzahl in Japan ab. Im letzten Jahr sind sogar über 600.000 Japaner weniger in der Bevölkerung anzutreffen als im Jahr davor. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Die Geburtenrate ist zudem sehr niedrig. Das heißt, es sieht nicht so aus, als würde sich das Problem in den nächsten Jahren von allein auflösen. Wir wollen uns das ganze Problem mal ein wenig genauer anschauen, warum es überhaupt da ist und wie es eventuell gelöst werden könnte. Zuerst einmal wollen wir uns die Frage einschauen, warum ist es denn eigentlich ein Problem, wenn eine Bevölkerung schrumpft? Denn man könnte ja auch denken, na gut, sind ein paar weniger Menschen da. Es gibt ja auch Leute, die sagen, die Welt hat sowieso zu viele Menschen, ist doch gut, wenn es weniger werden. Das Problem ist nur leider, wenn eine Bevölkerung Menschen verliert, also die Bevölkerungsanzahl sinkt, dann schrumpft in der Regel auch die Wirtschaft, denn es gibt weniger Leute, die natürlich hinterher arbeiten können, die somit etwas erwirtschaften können und zum Wachstum beitragen können. Und somit ist es für die Wirtschaft ein bisschen schwieriger, wenn die Bevölkerungszahl rapide abnimmt. Da es in Japan zudem jetzt auch noch der Fall ist, dass Japan sehr stark vom Binnenmarkt abhängig ist, also die Japaner vor allem Services für Japaner anbieten und Produkte für Japaner machen und nicht so viel exportieren ins Ausland, kommt natürlich hinzu, dass wenn immer weniger Leute in Japan leben, weil die alle sterben und weniger geboren werden, dass dann natürlich auch weniger potenzielle Käufer vorhanden sind, was wiederum ein Problem für die Wirtschaft ist. Das GDP nimmt ebenfalls oft ab in Gesellschaften, die schrumpfen und dazu kommt natürlich auch noch, wenn eine Gesellschaft überaltert, also dann immer mehr ältere Menschen in der Gesellschaft sind und weniger Junge nachkommen, dann müssen diese weniger Jungen durch ihre Arbeit, durch die Steuern, die sie bezahlen und und und, natürlich die immer mehr werdendere ältere Bevölkerung stützen, durch Systeme wie Rente zum Beispiel, wie Krankenversicherung. Das heißt, auf den jungen, wenigen Leuten lastet immer mehr Druck und immer mehr Last, die diese Bevölkerungsschicht, also die jungen Leute, natürlich irgendwann nicht mehr tragen können, sodass das System in ganz, ganz große Schieflage gerät. Größere Städte in Japan, wie Osaka zum Beispiel oder auch Tokio, haben damit noch ein bisschen weniger ein Problem, weil die jungen Leute natürlich in die Städte rein wollen, um Arbeit zu finden, um besser vernetzt zu sein, weil dort die Wirtschaft auch besser funktioniert, die Unternehmen mehr verdienen, aber auf dem Land will dann nicht mehr so wirklich jemand leben und die ländlichen Regionen und nicht ganz so großen Städte, für die wird es dann extrem schwierig, sodass wir in den nächsten Jahrzehnten in Japan wahrscheinlich sehr viele Kommunen, Gemeinden und kleine Städte sehen werden, die einfach zu Geisterdörfern und Geisterstätten werden. Da gibt es jetzt schon ein paar von in Japan, aber das wird sich wahrscheinlich verschärfen. Allgemein kann man, denke ich, also sagen, dass wenn die Bevölkerung in einem Land abnimmt, es nie gut für den Wohlstand dieses Landes, dieser Bevölkerung ist und generell es keine gute Sache ist, dass die Bevölkerung abnimmt, zumindest wenn es auch so schnell und in dem Maße passiert, wie es in Japan der Fall ist. Vielleicht aber auch noch ein paar Zahlen, damit man sich das Ganze besser vorstellen kann. In Japan ist es momentan so, dass knapp 60% der Bevölkerung zwischen 15 und 65 Jahren sind, also in einem Alter, in dem sie arbeiten können und somit auch etwas erwirtschaften können, Steuern bezahlen und, und, und. Ungefähr 29% der Bevölkerung sind über 65 Jahre alt, das heißt ungefähr ein Drittel der gesamten Bevölkerung ist über 65 Jahre alt. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Dies zeigt sich natürlich auch auf dem Markt hier in Japan. Das heißt, es gibt immer mehr Produkte und Services, das sieht man auch, wenn man Fernsehen guckt, ein bisschen in Japan an der Werbung, die sich vor allem an ältere Personen richten und nicht so sehr an jüngere. Das heißt, die älteren Personen sind wichtig und das wissen natürlich auch die Politiker, denn je mehr ältere Personen, desto mehr Wählerstimmen können sie unter der älteren Bevölkerung auch gewinnen. Und deswegen sind die Politiker natürlich auch immer gerne dabei, besonders irgendwelche Dinge für die ältere Bevölkerung zu machen. Was natürlich für die Jüngeren dann nicht ganz so gut ist und auch nicht wirklich dazu führt, dass die Leute hier denken, yo, lass mal mehr Kinder bekommen. Denn die älteren Personen, die haben oft sowieso was gegen Kinder und so und die wollen dann auch nicht, dass es irgendwelche politischen Maßnahmen gibt, die für mehr Kinder sorgen. Jetzt könnte man natürlich auch denken, okay, wo genau liegt denn das Problem in Japan? Ist das Problem, dass so viele Leute aus Japan ins Ausland ziehen und zu wenig einwandern? Diesen Effekt gibt es ja auch. Und dann kann man in Japan sagen, es sind so ungefähr 28.000 Japaner oder Leute, die Japan verliert momentan jedes Jahr. Das heißt, 28.000 Leute wandern mehr aus, als Leute nach Japan einwandern. Das ist natürlich schon eine Menge, aber ehrlich gesagt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nein, das macht nicht so viel aus, sondern über 600.000 Leute in Japan gehen verloren momentan pro Jahr durch auf natürliche Art und Weise. Das heißt, es sterben einfach so unglaublich viele und werden zu wenig neue geboren. Das heißt, das Problem in Japan mit der schrumpfenden Bevölkerung liegt vor allem darin, dass zu viele Leute sterben bzw. zu wenig nachkommen. Wie konnte es aber dazu kommen? Und da müssen wir jetzt ein bisschen in die Geschichte gehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, so Ende der 1940er, gab es einen Babyboomer-Jahrgang, so könnte man sagen. Das liegt vor allem daran, nach dem Krieg, man hatte Frieden in Aussicht, Soldaten sind auch wieder zurück nach Japan gekommen. Und da haben dann viele gesagt, okay, jetzt Frieden, wir müssen nicht mehr kämpfen und alles. Lass mal heiraten, lass mal Kinder bekommen. Yo, auf geht's! Und da haben sie dann ganz, ganz viele Kinder bekommen. In den 1970ern gab es dann den zweiten Babyboomer-Jahrgang, so könnte man sagen. Und zwar, weil die Kinder, die nach dem Zweiten Weltkrieg dann alle geboren worden sind, die ersten Babyboomer, die haben dann in den 1970ern auch wieder eine Menge an Kindern bekommen und haben somit zum zweiten Babyboom geführt. Und dann hat man natürlich angenommen, okay, wenn wir jetzt nochmal 20 bis 30 Jahre nach vorne rechnen, also so um das Jahr 2000, so in den Anfängen der 2000er, da müssten wir jetzt den nächsten Babyboomer-Jahrgang bekommen, denn die Leute vom zweiten, die sind dann ja in dem Alter, in dem sie Kinder bekommen könnten und die legen dann bestimmt richtig los. Problem ist nur, das ist nie eingetroffen. Diesen Babyboom im Anfang der 2000er, den gab es nie. Und warum es den nicht gab, das finde ich sehr, sehr interessant. Und dann gibt es jetzt verschiedene Gründe, die da eine Rolle spielen. Zum einen, in den 1960ern oder bis zu den 1900, Ende der 1960ern, war es in Japan so, dass viele geheiratet haben, weil ihnen jemand vorgestellt worden ist. Omiyai nennt man das auch in Japan. Das heißt, also gibt es teilweise auch heute noch, dass man zum Beispiel, ne, auf so Konkatsu-Party, nennen die das, gehen. Man geht irgendwie auf eine Party, dann trifft man da jemanden so Speed-Dating-mäßig und guckt dann, ob das passt und heiratet dann, ne. So Heiratsvorstellungspartys, könnte man sagen. Früher war das aber, ne, so in den neuen, bis zu den 1960ern, war das noch viel stärker, dass die Familie jemanden vorgestellt hat. Ah ja, wir kennen da den Sohn von dem, ist doch was für unsere Tochter und schau mal, das ist doch ein super Mann, ne. Und andersrum auch, ja, die Frau ist doch super, ne. Und dann hat man sich da so vorgestellt, also der Einfluss der Familie war ziemlich groß. Und wenn die Familie gesagt hat, da ist ein toller Mann, da ist eine tolle Frau, dann ist das eben auch oft zusammengekommen. Also, es wurde einem jemand vorgestellt. Gleiches gab es auch in den Firmen dann hinterher, dass innerhalb der Firma Kollegen und so oft geheiratet haben, ne. Oder der Chef hat dann seinem Angestellten da jemanden ausgesucht und so. Das war so der Standard, könnte man sagen, ne. Das hat sich aber in den Ende der 1960ern geändert. Da gab es dann auf einmal mehr Leute, die gesagt haben, ja, aber wir wollen nicht heiraten, weil mir jemand vorgestellt worden ist, sondern wir wollen aus Liebe heiraten, ja. Vielleicht der westliche Einfluss auch ein bisschen stärker geworden dann. Wir wollen aus Liebe heiraten und so gab es dann mehr Leute, die sich halt ihren Partnern ein bisschen besser ausgesucht haben und die Mehrwert auf Liebe gelegt haben. Damit ging aber auch einher, dass die Frauen, die in der Regel selektieren, sexuell selektieren auch, gesagt haben, okay, wenn ich jetzt nicht mehr den Mann nehmen muss, den meine Eltern mir da vorgestellt haben, dann will ich aber auch einen haben, der ordentlich verdient, der mir ein gutes Leben ermöglichen kann, von dem ich weiß, dass der unsere Familie auch durchbringen kann. Das hat vorher nämlich nicht so eine große Rolle gespielt, denn vorher war wichtiger, dass die Eltern gesagt haben, nehm den mal. Und da konnte man dann auch Pech haben, ne, wie beim Lotto-Managing und hat einen erwischt, der leider nicht so gut verdient hat und die Familie nicht in so ruhmvolle Zeiten gebracht hat. Das heißt, von nun an war wichtiger, dass der Mann ein gewisses Kesaidjoke, sagen die Japaner, also ein bisschen Geld hat und verspricht, dass er nützlich ist für die Zukunft, dass er ein gutes Leben einem bieten kann. Dies funktionierte dann eigentlich auch ganz gut ab Ende der 1960er, denn zu der Zeit war Japan in der Zeit des wirtschaftlichen Hochwachstums. Das heißt, die Löhne sind gestiegen, die Preise sind ein bisschen gestiegen, die Firmen haben viel verdient, ne, von der Welt auf wurde ja gesagt, oh, die Japaner, die sind die nächste Supermacht und so. Das heißt, das hat alles ganz gut funktioniert. Es gab viele Leute, die gut verdient haben, die Frauen konnten, ne, was gut, einen guten Fang machen auch, war alles super. Aber dann, Anfang der 1990er, die Bubble in Japan ist geplatzt. Und damit gab es eine riesen Wirtschaftskrise. Und das bedeutete natürlich, dass viele ihren Job zum Beispiel verloren haben, dass viele angefangen haben, schlechter zu verdienen. Alles war unsicher, man wusste nicht so genau, hm, wie geht es denn jetzt genau weiter. Es war nicht mehr so einfach, einen Mann zu finden, der viel und gut verdient, der einen sicheren Job hat, von dem man sagen konnte, okay, mit dem eine Familie gründen ist überhaupt gar kein Problem. Und so ging das Ganze dann ein wenig den Bach runter. Hinzu kam noch, dass die Männer auch noch mehr Überstunden machen mussten, um irgendwie halbwegs noch ein bisschen gutes Gehalt zu verdienen, sage ich jetzt mal. Das heißt, die Anzahl der Überstunden ist zu der Zeit noch mal hochgegangen. Was dazu geführt hat, dass die Männer noch weniger zu Hause waren. Und die Frau gesagt hat, oh, mit einem Kind ist schon total anstrengend. Wie soll ich ein zweites, ein drittes, ein viertes schaffen? Ne, um eine Bevölkerung aufrecht zu erhalten, muss ja im Grunde jede Frau zwei Kinder bekommen. Ansonsten hat man eine schrumpfende Bevölkerung und wenn mehr als zwei Kinder, dann eine wachsende. Das heißt, die Frauen haben gesagt, alleine kann ich das wenig managen. Und zu der Zeit war es in Japan auch schon so, dass der Trend weg davon ging, dass man mit seinen Schwiegereltern zusammengelebt hat oder mit seinen eigenen Eltern. Also der Trend vom Mehrgenerationenhaushalt war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen weg. Heute ist es noch schlimmer geworden. Aber das führt natürlich dazu, dass dann die Frauen alleine mit den Kindern irgendwo in der Großstadt Tokio, Osaka oder sonst irgendwo sitzen, keine Unterstützung von den Eltern erhalten. Der Mann ist nie da, hilft also nicht beim Haushalt, hilft auch nicht bei der Kindererziehung. Und das hat auch einfach dazu geführt, dass viele gesagt haben, okay, wir können uns so viele Kinder jetzt gar nicht leisten. Das Gehalt ist nicht so gut, der Mann ist nie da, ich habe keine Hilfe. Wie soll ich das alles machen? Und zack, das hat natürlich auch die Geburtenrate runtergedrückt. Und das sind auch die großen Gründe dafür, weshalb dieser dritte Babyboom, den man ja eigentlich erwartet hat, Anfang der 2000er Jahre, gar nicht eingetreten ist. Es ist also eine Mischung aus einem Wertewandel in der Heirat, dass Leute gesagt haben, okay, wir heiraten aus Liebe, wir heiraten nicht mehr, weil mir da irgendjemand vorgestellt worden ist. Was dann dazu geführt hat, dass die Frauen Männer wollten, die mehr versprechen für die Zukunft, auch finanziell. Dann das Platzen der Bubble, was reingekommen ist, dafür gesorgt hat, dass es diese Männer gar nicht mehr so viel gibt, dass alles relativ unsicher ist. Und dieser Weggang dann noch, von der Familie eher, dass man alleine gestellt ist, und gar nicht so richtig weiß, okay, wie soll man das denn alles schaffen. All das hat dazu geführt, dass dieser dritte Babyboom ausgeblieben ist. Ein weiteres Problem, was noch dazu kommt, ist das sogenannte Koseki, das Familienregister in Japan. Und zwar ist es in Japan so, dass uneheliche Kinder nicht wirklich so richtig anerkannt werden, beziehungsweise es relativ schlecht in der Gesellschaft haben. Im Familienregister ist es zum Beispiel so, dass wenn man nicht verheiratet ist, die Frau ein Kind bekommt, kann sie theoretisch ein eigenes Familienregister aufmachen, in dem dann der Vater aber nicht drin steht. Weil der Vater ja keine Heirat, deswegen nicht miteinander verbunden, so sagt man. Das heißt, das Kind hat dann mehr oder weniger keinen Vater in diesem Familienregister. Und das ist halt so ein bisschen blöd. Beziehungsweise führt das dazu, dass viele Paare, wenn sie ein Kind bekommen, wenn festgestellt wird, oh, die Frau ist schwanger, dann heiraten die noch, bevor das Kind geboren wird, damit dieses Problem eben nicht zustande kommt. In Japan ungefähr 2% aller Kinder sind uneheliche Kinder. Das ist super, super wenig im Vergleich zu anderen Ländern. Zu Europa zum Beispiel, in Deutschland ist das viel, viel mehr. Weit in den zweistelligen Zahlen drin. Das heißt, die Akzeptanz gegenüber unehelichen Kindern ist in Japan nicht wirklich da. Das heißt, wenn man Kinder bekommen möchte, muss man im Grunde heiraten. Aber da viele Leute gar nicht mehr, ne, mit heiraten so aus Liebe und es schwer einen Partner zu finden in der heutigen Zeit, und ja, weiß nicht so recht, und das Heiratsalter wird auch immer später in Japan. Das führt natürlich auch dazu, dass dann weniger Leute Kinder bekommen, weil es nicht so einfach ist, sage ich jetzt mal, ein Kind zu bekommen, oder weil es gesellschaftlich auch einfach gar nicht akzeptiert ist, ohne Heirat. Das ist noch ein weiterer Faktor, der mit in die Wunde reinhaut und dafür sorgt, dass die Geburtenrate so niedrig ist. Ein anderes Problem, was auch noch besteht, was eigentlich aber auch irgendwie kein Problem ist, ist die lange Lebenserwartung oder die hohe Lebenserwartung in Japan. Japan ist eines der Länder mit den höchsten Lebenserwartungen und war das vor allem zur Zeit des wirtschaftlichen Hochwachstums. Also die Leute hatten viel Geld, viele der älteren Semester haben auch noch gut gegessen, dieses moderne japanische Essen ist auch nicht mehr so gut, viel frittiertes und Fett und was weiß ich nicht alles, das ist nicht so gut, aber die älteren Semester, die kennen noch das Washoku, so könnte man sagen, das richtig gute japanische Essen, was auch gesund für den Körper ist. Die hatten natürlich genug Geld, um das auch zu bezahlen, zu der Zeitpunkt, wirtschaftliches Hochwachstum, die medizinische Versorgung ist natürlich auch immer besser geworden, man hat dann auch das Krankenversicherungssystem in Japan eingeführt, was dazu geführt hat, dass man fast nichts bezahlen muss, um zum Arzt zu gehen, was in vielen Ländern dieser Welt heute auch noch anders ist, weshalb Japan auch eines der besten Krankenversicherungssysteme der Welt hat. In den USA zum Beispiel ist es wohl ganz anders, da sind die Arztkosten horrende, was in Japan halt nicht der Fall ist, sondern in Japan kann man relativ günstig und einfach zum Arzt gehen, im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern dieser Welt. Und das alles hat dazu geführt, dass die Leute halt einfach alter geworden sind, aber irgendwann ist halt auch mal Schluss, irgendwann stirbt man dann trotzdem und da sind wir genau gerade an diesem Punkt. Die Leute, die zu der Zeitpunkt all die gute Medizin genossen haben, das gute Essen, das viele Geld im wirtschaftlichen Hochwachstum und so, die sind jetzt mehr oder weniger an der Grenze, könnte man sagen und da die aber sehr weit das alles nach hinten herauszögern konnten und mehr Leute von unten auch nachgekommen sind, haben wir jetzt den Fall, dass ganz viele alte Leute da sind, die natürlich jetzt dann auch irgendwann sterben. Was heißt das jetzt aber für die Zukunft Japans? Man geht davon aus, dass in den nächsten Jahren so an die 1,5 Millionen Leute pro Jahr sterben werden und das für die nächsten 50 Jahre. Was so ungefähr heißt, mit denen, die dazukommen, neu, ne, wenn man das so alles verrechnet, geht man davon aus, dass bis zum Jahr 2100 ungefähr 60 Millionen Japaner weniger in Japan leben werden, als es heute der Fall ist. Das heißt, in den nächsten 80 Jahren wird sich die Gesellschaft hier halbieren, die Bevölkerung. Das ist natürlich nicht gut. Beziehungsweise wird sich das dann irgendwann wieder einpendeln und dann wird das Ganze auch nicht mehr so ein großes Problem sein, aber die Phase, bis es sich eingependelt hat, ne, die ist natürlich das große Problem, denn wo soll die ganze Rente herkommen? Wo sollen die ganze Krankenversicherungsversorgung herkommen? Wer soll das alles bezahlen? Die paar jüngeren Leute, die danach kommen, die können das natürlich nicht wirklich leisten. Und jetzt ist die Frage, okay, was kann man denn dagegen machen? Was haben andere Länder auf der Welt gemacht? Japan ist bei weitem nicht das einzige Land, was dieses Problem hat. China zum Beispiel hat ein ähnliches Problem, Südkorea, auch alle modernen Industriestaaten haben dieses Problem. Auch Deutschland hat das Problem. Auch Amerika. Jeder hat dieses Problem. Nur die Frage ist, wie gehen die Länder das an? Und die asiatischen Länder, also egal ob China, Japan oder Südkorea, haben es bisher nicht wirklich geschafft, da irgendwas gegen zu machen. Andere Länder aber schon. Mehr schlecht als recht könnte man vielleicht sagen, Deutschland ist auf die grandiose Idee gekommen, mehr Migranten reinzulassen, also mehr Leute emigrieren zu lassen. Ob das nun so die beste Art und Weise ist, bezweifle ich persönlich, denn man hat Probleme mit Integration und ein Problem bei der Einwanderung. Also viele fordern von Japan immer, dass sie mehr Einwanderung zulassen sollen. Japan sträubt sich da so ein bisschen, aus meiner Sicht auch aus verständlichen Gründen. Denn was will man, wenn man davon redet, man braucht mehr Einwanderer? Man will im Grunde Leute haben, die einen Beitrag zur Wirtschaft leisten, die einen Beitrag zur Entwicklung des Landes leisten. Das sind aber im Grunde Leute oder Fachkräfte, die da kommen müssten, aus anderen Ländern, die ebenfalls industrialisiert sind. Das ist aber in der Regel nicht die Realität, wenn es um Einwanderung geht, sondern wer wandert vor allem nach Japan ein? Leute aus Ländern, Vietnam, Philippinen, also Ländern, denen es wirtschaftlich schlechter geht und die dann nach Japan wollen, um hier ein bisschen besser zu verdienen als in ihrem Heimatland. Aber das sind in der Regel nicht die Leute, die hier das Land komplett nach vorne treiben. Und das ist in Deutschland natürlich genau der gleiche Fall. Das heißt, ich bin da nicht so wirklich von überzeugt, dass Einwanderung die Lösung für eine schrumpfende Bevölkerung ist. Aber das ist eine Maiastnahme, die einige Länder auf dieser Welt eben auch treffen. Dann machen es Frankreich und Ungarn wohl so, dass sie das Steuersystem ein bisschen angepasst haben auf Familien, die mehr Kinder haben. Also je mehr Kinder man bekommt in Frankreich und Ungarn zum Beispiel, desto weniger Steuern soll man bezahlen. Also desto mehr Vergünstigungen durch das Steuersystem bekommt man. Und das soll wohl auch bis zu einem gewissen Grad Wirkung gezeigt haben. Das heißt, das ist auch eine Maßnahme, die man treffen könnte, die heutzutage oder zum jetzigen Zeitpunkt in Japan aber noch nicht getroffen wird. Auch könnte man das Familienregister ändern. Das hat Schweden zum Beispiel gemacht. Also so ein bisschen die gesellschaftliche Idee, man muss heiraten, um Kinder zu bekommen, die ein bisschen wegmachen und zu sagen, ist egal, ob ihr nun verheiratet seid oder nicht, im Familienregister werden die Kinder und alle werden gleich behandelt. Wir schreiben da trotzdem alle rein und gesellschaftlich weichen wir das auch ein bisschen auf. Das hat Schweden wohl gemacht. Die haben wohl das Familienregister komplett geändert. In Japan wurde das Familienregister, glaube ich, seit 1970 nicht wirklich geändert und sie haben es auch nicht wirklich vorzuändern beziehungsweise die Diskussion über eine Änderung des Familienregisters, die findet hier gar nicht so wirklich statt. Also das ist auch eine schwierige Sache in Japan. Das sind wohl so die Maßnahmen, die momentan getroffen werden von europäischen Ländern, aber auch von anderen Ländern. Ob das jetzt so wirklich richtig gut funktioniert und die Lösung ist, steht wieder auf einem anderen Blatt. Ich persönlich, das ist meine ganz persönliche Einstellung, denke, dass es eigentlich nur eine Lösung für dieses Problem gibt oder dass Japan nur eine Möglichkeit hat, vor allem, weil in Japan das Gefälle so groß ist und in den nächsten Jahren halt die Bevölkerung so rapide abnehmen wird und das ist, denke ich, die Technik. Robotik, AI, das heißt, dass man versucht, die wirtschaftliche Produktivität und die Wirtschaft, die dadurch schlechter wird, dass weniger Leute arbeiten können, dass man das versucht auszugleichen mit Robotern, mit Technik, sodass man, um die Wirtschaft aufrecht zu erhalten oder um die Wirtschaft wachsen zu lassen, gar nicht so viele Leute braucht, wie man eigentlich gedacht hat, sondern dass man dadurch dafür sorgt, dass eine Gesellschaft auch mit weniger Leuten funktioniert und dass eine Gesellschaft auch mit weniger Leuten genug erwirtschaften kann. Und ich denke, dass das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass wir diese Lösung überhaupt als reale Möglichkeit haben, weil es bisher das nie gab, dass viele, viele Arbeitsplätze durch Robotik ersetzt werden können. Jetzt kann man da sagen, okay, wenn wir mehr Robotik und so haben, dann werden natürlich auch wieder neue Arbeitsplätze geschaffen. Klar, das schon. Man muss gucken, ob es möglich ist, dass weniger Arbeitsplätze nötig sind durch Robotik, als es nötig wären, wenn wir sie nicht hätten. Ich denke, das kann man vielleicht schaffen oder ich denke, das ist so die einzige Chance, die wirklich auch am Horizont irgendwo ist. Die Frage ist nur, wird Japan diesen Weg gehen und ist es wirklich eine Lösung? Das weiß ich natürlich auch nicht. Das ist nur meine persönliche Meinung und Vermutung. Ob Japan diesen Weg gehen wird, weiß ich nicht. Wie genau es enden wird, weiß ich auch nicht. Es bereitet einem natürlich ein bisschen Sorge. Aber ich meine, das ist ein Problem, was alle Industrieländer haben. Und wie gesagt, Deutschland hat genau das gleiche Problem im Grunde. Deutschland versucht es mit Immigration irgendwie zu lösen. Dass das funktioniert, sehe ich persönlich jetzt nicht in Deutschland, sondern ich denke, dass die Immigration noch einige negative Punkte mit sich bringt, die wir jetzt auch in Deutschland sehen, wie die eben zu Tage treten. Und da muss ich sagen, ist das nicht wirklich eine gute Alternative, finde ich. Irgendwie wird es auf jeden Fall weitergehen und wie es weitergehen wird, das werden wir wohl alle in Zukunft erfahren. Ich hoffe, es war interessant für euch, mal so ein bisschen die Gründe dafür zu erfahren, warum denn dieses Problem in Japan, jetzt speziell in Japan, besteht. Andere Länder haben ein ähnliches Problem, aber die Gründe dafür sind vielleicht andere. In Japan sind diese Gründe, wie ich eben ja auch gesagt hatte, vor allem der Wandel in der Gesellschaft, was das Heiratsbild angeht und alles, finde ich persönlich sehr interessant und wollte ich mit euch einfach mal teilen. Vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, ihr konntet was Neues über Japan lernen und hoffentlich auch bis zum nächsten Mal. Bye, bye! Bye!